Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insights zu den aktuellen S04 News. In ein paar Stunden ist es soweit. Unser Heimspiel steht an gegen Hertha BSC und wir blicken natürlich auch nochmal darauf, was heute so passieren könnte, was drin ist und was vielleicht auch droht, sollte unsere Mannschaft auch dieses Spiel nicht gewinnen. Ansonsten gab es ja gestern die große Neuigkeit. Es ist wohl ein neuer Trainer gefunden. Karel Geratz könnte möglicherweise unser neuer S04 Trainer werden und natürlich müssen wir auch darüber heute ausführlich sprechen, denn das ist natürlich eine super interessante Info. Auch hier nochmal die Info von mir für euch. Tontechnisch wird es in ein paar Tagen wieder optimal, denn dann bin ich weder im heimischen Studio, aktuell noch im Urlaub und trotzdem sollte es sicherlich soweit passen. Deswegen gehen wir jetzt auch rein in die aktuellen S04 News. Und wir legen mit dem Thema los, was ja gestern für Aufmerksamkeit am Morgen gesorgt hat, denn Schalke 04 hat wohl tatsächlich endlich einen neuen Trainer gefunden. Und es ist Karel Geratz, Geratz, wie auch immer. Ich hoffe, ich spreche ihn halbwegs richtig aus. Spätestens, wenn er denn dann kommt, und es natürlich auch die Vorstellungspressekonferenz gibt, wissen wir auch ganz genau, wie er ausgesprochen wird. Ich weiß es nicht ganz genau, habe auf YouTube ein bisschen geguckt, aber nicht ganz so wirklich gute Videos dazu gefunden. Also sagen wir einfach mal, Karel Geratz könnte unser neuer Trainer werden. Und dort fragen sich jetzt vielleicht erstmal viele auf den ersten Blick, Karel Wer, über wen reden wir hier? Wir reden hier über einen 41-jährigen Mann aus Belgien, der in Genk geboren ist. Es ist somit eine Region, wo womöglich eher Niederländisch statt Französisch gesprochen wurde, aber trotzdem jetzt auch die deutsche Sprache vielleicht jetzt nicht ganz so präsent sein könnte. Ich denke mal, so kann man es auch auf jeden Fall dann nochmal sagen. Ansonsten haben wir hier einen ja noch wirklich jungen Trainer, der drei Jahre lang Co-Trainer war bei Union Sarjola und dann in der vergangenen Saison von seinem damaligen Cheftrainer übernommen hat. In dieser Saison 2022, 2023 hat dann Geratz dort 57 Spiele als Cheftrainer verantwortet und da einen Punkteschnitt gehabt von 2,04. Er hat auch unter anderem Union Sarjola in der Europa League ja sehr weit geführt gegen Bayer Leverkusen, ist man dann gescheitert. Zwischendurch ging es ja dort auch noch gegen Union Berlin und genau von dort kennen sicherlich viele von euch auch den Verein Union Sarjola, wo ja auch beispielsweise Victor Boniface unter eben auch Geratz tolle Leistungen gezeichnet hat, wodurch er eben auch dann nach Leverkusen gewechselt ist. Und genau von dort kommt eben auch, wenn man es so sagen möchte, Karel Geratz. Er ist allerdings seit dem Sommer vereinslos, denn er konnte sich eben nach der Saison mit Union Sarjola nicht auf einen neuen Vertrag einigen. Das hat zwischen beiden Parteien einfach nicht gepasst, lag wohl auch unter anderem an der grundsätzlichen Ausrichtung und deswegen ist er aber auch jetzt natürlich verfügbar für uns. Wir können uns somit hier einen Trainer holen, der ablösefrei zu haben ist, der keinen Vertrag bei irgendeinem Verein besitzt und ganz interessant auch verschiedene Angebote aus der ersten französischen Liga bereits abgelehnt hat. Und gestern kam ja auch das Gerücht raus, es gab ja vorgestern schon ein paar Insider-Informationen, Schalke wird wohl einen ausländischen Trainer holen, dann kam schnell der Name eben auch von Karel Geratz auf, über den ja auch viele diskutiert hatten. Und dann hat eben gestern Morgen die Bild-Zeitung berichtet, die Gespräche mit Knebel und Hechelmann sind weit fortgeschritten, der Deal gilt als nahezu perfekt und dann hat es ja auch nicht lange gedauert, dann gab es eben auch die Bestätigung von der Batz und von Sky, dass es auf jeden Fall sehr gut aussieht. Also neuer Trainer soll Karel Geratz werden, es gibt Gespräche, es gibt auch noch keine Unterschrift auf einem Vertrag, aber die Verhandlungen sollen laut Batz und Sky auf jeden Fall schon sehr weit fortgeschritten sein. Und somit sieht es auf jeden Fall gut aus, dass wir unseren neuen Trainer gefunden haben. Wie gesagt, ich hoffe, ich habe ihn jetzt auch halbwegs richtig ausgesprochen. Und was mir dabei einfach schon mal grundsätzlich gefällt, ist auch ein gewisses Mut zum Risiko. Natürlich ist Karel Geratz ein Trainer, der in unserer aktuellen Situation unglaubliches Risiko mit sich bringt zu scheitern. Das ist einfach so und trotzdem glaube ich einfach daran, dass die Chance, mit ihm etwas aufzubauen, mit ihm auch innerhalb von kürzester Zeit etwas zu entwickeln, deutlich größer ist als mit irgendeinem Trainer, der schon drei, vier deutsche Klubs durch hat und dort nie wirklich nachhaltig Erfolg gehabt hat. Deswegen finde ich es wirklich gut, dass Schalke hier auch mutig ist und am Ende darf man auch wirklich eine Sache nicht vergessen. Man hatte sicherlich auch keine riesengroße Auswahl an möglichen Trainern. Deswegen finde ich es schon teilweise amüsant, wie auch vor allen Dingen andere Fans diese ganze Personalie einordnen, wo dann davon auch geschrieben wird. Ja, das kann doch nichts werden. Wie soll er auf Schalke in diesem Halbfischbecken Erfolg haben? Natürlich kann man diese Fragen stellen auf der anderen Seite und das ist für mich eben auch das, was zählt. Es ist mir ein solcher Trainer deutlich, deutlich lieber als wie gesagt einer wie beispielsweise Taifung Korku. Jetzt nur mal als Beispiel, der schon drei, vier Klubs in Deutschland durch hat und trotzdem ist natürlich das Risiko des Scheiterns da. Das wäre aber bei jedem Trainer, egal wer, egal wirklich wer Trainer geworden wäre, wäre ein unglaubliches Risiko da gewesen. Und mit Karel Geratz sieht es auf jeden Fall jetzt sehr gut aus. Und dann ist aber natürlich auch die große Frage, ja was ist denn der Plan dahinter? Wie könnte es mit Karel Geratz funktionieren? Auf was setzt er auf? Was baut er? Wie läuft eine Mannschaft unter ihm auf? Denn natürlich reden wir hier über einen jungen Trainer mit seinen 41 Jahren, der eben auch erst eine Saison als Cheftrainer gearbeitet hat. Aber auch von seinem alten Arbeitgeber Union Sajola gab es beim Abschied nochmal sehr viel Lob für den Menschen Gerat und erst recht auch für den Trainer Gerat, der wirklich auch dort, ja auch Nationaltrainer wollte ich schon sagen, Trainer des Jahres geworden ist und in Belgien wirklich einen sehr, sehr guten Ruf genießt. Und was eben wirklich spannend ist, er hat diesen Verein eben zuvor als Co-Trainer schon mehrere Jahre begleitet, unter anderem vom Aufstieg der zweiten Liga zur direkten Vizemeisterschaft und dann eben in den internationalen Wettbewerb. Letztes Jahr ist man auch nur knapp an der belgischen Meisterschaft gescheitert. Also das ist schon wirklich beeindruckend, welchen Weg er gegangen ist und rein systematisch, rein taktisch gesehen, was ja auch wirklich ein Kriterium logischerweise war bei dem, was wir gesucht haben, setzt er sehr, sehr gerne auf ein 3-5-2-System. Und ich finde, dass das auf jeden Fall auch schon sehr, sehr gut zu unserer Mannschaft passt. Und wir haben ja auch die letzten Wochen sehr viel über ein System gesprochen, über eine mögliche Umstellung. Und deswegen ist eben auch Gerrads ein Trainer, der sicherlich auch grundsätzlich flexibel ist, aber eben meistens auf ein 3-5-2 setzt, was für mich auf jeden Fall auch sehr, sehr gut zum Kader passt. Ansonsten, und das ist dann auch wirklich nochmal ganz interessant, hat Mailand oder Madrid Podcast auf Twitter nochmal einen sehr ausführlichen Bericht, oder auf X, einen sehr ausführlichen Bericht zu Karre Gerrads taktische Herangehensweise geschrieben. Und den würde ich mir auf jeden Fall mal durchlesen an eurer Stelle. Ich hole jetzt mal ein paar Infos daraus raus, eben auch für euch, um euch vielleicht ein bisschen erklären zu können, was auch so wichtige Bestandteile sind vom Spielsystem. Also, er lässt sehr, sehr gerne im 3-5-2 spielen, wo eben auch vor allem die Schienenspieler links und rechts eine wichtige Rolle einnehmen, weil die bilden wirklich die Breite des Spiels. Und für das Angriffsspiel, und das war ja eben auch unter Thomas Reis häufiger mal in der Kritik, oder generell auf Schalke in den vergangenen Jahren häufiger mal in der Kritik, gibt es unter ihm zwei Wege. Zum einen Flanken in den Strafraum, und ich denke mal, das ist ja nichts Neues auf Schalke, vor allem auch Flanken aus dem Halbfeld, werden dort immer wieder als Mittel genutzt, weil man eben auch wirklich die Außenverteidiger haben möchte, die die Linie halten, die sehr weit außen stehen, um eben auch dann die Stürmer in eine gute Zone reinbringen zu können. Und das ist eben dann auch das Spiel mit eben den Chancen via Flanken, und genau das passt ja auch einfach zu, beispielsweise Thomas Ovejan, der da sicherlich auch wirklich gut profitieren kann. Aber, und das gehört eben auch dazu, sein Spiel beruht nicht nur auf Flanken, sondern eben auch auf One-Touch-Kombinationsspiel, denn auch eben Kombinationsspiel generell spielt dort eine große, große Rolle. Wenn es eben dann mal nicht möglich ist, über die Außen zu kommen, spielt immer wieder die hängende Spitze mit einem Achter plus eben einem Außenverteidiger gerne in einem Dreieck und dann eben auch, um Tiefe ins Spiel zu bekommen. Das klingt jetzt erstmal einfach nach Basics im Fußball, das ist auch durchaus so, und trotzdem hat man ja sowas eben auch auf Schalke in den vergangenen Monaten und Wochen nahezu gar nicht gesehen. Aber, und auch das ist eben wichtig bei Karel Geratz, er setzt immer auf eine sehr stabile Defensive, und die spielt bei ihm wirklich die Grundbasis. Also alles heraus aus einer kompakten Defensive, eben auch dann mit der Option schnell umzuschalten, direkt auch ins hohe Gegenpressing zu gehen. Und wenn eben das dann nicht direkt funktioniert, zieht man sich erstmal zurück, um eben auch dem Gegner erstmal kommen zu lassen, um eben auch dann wiederum selber im Ballbesitz Möglichkeiten zu finden. Und ich finde, wenn man sich das dann alles mal so durchliest, ist das wirklich sehr interessant. Klar, muss man dann am Ende gucken, wie sich auch alles auf die Mannschaft umsetzen lässt, aber Karel Geratz, das war auch nochmal das Fazit von Mainland oder Madrid Podcast, setzt einfach auf defensive Stabilität mit situativen Gegenpressing. Und offensiv ist das Ziel, das Spiel breit zu machen und über Flanken hoch oder eben auch Dreieck im Kombinationsspiel flach in den Strafraum zu kommen. Und ich denke mal, dass das auf jeden Fall gut zu Schalke passt und wir brauchen ja jetzt auch kein taktisches Feuerwerk, aber natürlich eben auch dann einen klaren taktischen Plan, den man dieser Mannschaft mitgibt. Und ich glaube, dafür ist Geratz auf jeden Fall der richtige Trainer. Dass wir dann am Ende hier über eine Mannschaft sprechen, die sich sicherlich noch finden muss und auch charakterlich vielleicht aktuell nicht ganz so einfach ist, das steht außer Frage. Dass auch Schalke 04 als Verein nicht so einfach ist, plus auch für den Trainer selber dieser Verein ein großes Risiko ist, auch das steht außer Frage. Aber umso mehr freue ich mich eben auch darauf, mal einen solchen Trainer jetzt auf Schalke zu sehen, wenn es dann alles funktioniert, den man vielleicht auch gar nicht so zwingend einordnen kann, weil man ihn nicht kennt. Aber das ist ja vielleicht auch gar nicht mal so verkehrt, denn allein auch schon, weil er Spieler entwickeln kann, passt er einfach grundsätzlich zu Schalke. Und deswegen würde ich mich wirklich freuen, wenn das dann auch über die Bühne gehen wird. Über die Bühne geht natürlich auch dann gleich das Spiel gegen Hertha BSC. Und da ist natürlich auch die große Frage, kann unsere Mannschaft nach diesem unglaublich schwachen Auftritt gegen Paderborn heute den Bock umstoßen, um eben auch dann mit einem neuen Trainer während der Länderspielpause wirklich gut arbeiten zu können. Ich denke mal, das Szenario wäre optimal. Was aber natürlich passiert bei einer Hertha-Pleite, das ist auch die große Frage. Und dort gibt es eben auch einige interessante Meldungen zu. Denn eins ist natürlich klar, wenn wir jetzt heute verlieren, auch unabhängig davon, dass wir jetzt einen neuen Trainer dann eben bekommen werden, ist die Stimmung dann trotzdem nochmal negativer als zuvor. Und sie kippt sicherlich dann komplett, wodurch vielleicht auch diese ganze Geschichte mit Opposition, Oliver-Runert-Rückkehr nochmal mehr zur Diskussion kommt. Und laut der BILD ist wohl auch durchaus möglich, dass unser Sportvorstand Peter Knebel dann während der Länderspielpause entlassen wird. Denn es geht wohl offenbar nur noch darum, wann Knebel gehen muss. Und sollte eben auch dann jetzt gegen Hertha die nächste Pleite kommen, dann könnte es auf jeden Fall sein, dass auch dort nochmal eine Entscheidung etwas früher getroffen wird, als man es vielleicht dachte. Und somit ist auch das Spiel heute natürlich unglaublich wichtig. Wir alle fokussieren uns jetzt natürlich auf diese Pause, auf dann den möglicherweise neuen Trainer Karel Gerrads. Und das ist natürlich auch vollkommen logisch. Aber wir brauchen eben auch jetzt drei Punkte gegen Hertha BSC, die wären unglaublich wichtig für die zweite Bundesliga, eben auch als Basis für Karel Gerrads, um eben auch dann vielleicht im besten Falle direkt mal mit einer etwas selbstbewussteren Mannschaft ins Training einzusteigen. Und ich denke mal, das wäre eben auch dann auch optimal. Ich persönlich glaube, dass es heute ein schwieriges Spiel wird gegen die Hertha. Klar, die Berliner haben letzte Woche verloren gegen St. Pauli, aber auch dort waren nicht alle schlecht. Ich finde, Hertha macht aktuell auch einen deutlich besseren Eindruck, als auch in den ersten drei, vier Spieltagen. Da wächst auf jeden Fall so langsam etwas zusammen. Und dort müssen wir eben auch dann erstmal gegenstehen. Und das wird schwierig genug. Deswegen hoffe ich, dass sie unsere Mannschaft deutlich besser präsentiert, wie im besten Fall irgendwie einen Sieg holen, um dann wirklich nochmal den Reset-Knopf zu drücken in der Ländersche Pause. Und dann mit einem neuen Trainer, ja auch im besten Falle deutlich erfolgreicher zu agieren. Und jetzt könnt ihr mal gerne eure Meinung zu den aktuellen S04-News und vor allem zu Karel Gerrads in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, nach dem Spiel gegen Hertha BSC. Und in dem Sinne sage ich, macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, nach dem Spiel gegen Hertha BSC.